Ja, hi. Also ich bin mega lost, ne? Kann ich dir schon mal sagen. Ja, lass mich in die Map rein, dann zeig ich dir die. Let's go. Hier machen die Pros aufwärmen. Oha, okay. Okay, sind halt Waffen. Ja. Die Pros nehmen halt meistens nie. Blaues Sturmgewehr und Shotgun. Uff, Alter. Und sonst eigentlich noch Grabbluff, falls man runterfällt, dass man wieder hochkommt. Aber wenn man runterfällt, geht's einfach da weiter, oder nicht? Ja. Hier kriegt man keinen Fallschaden. Das ist die Falschwaffe. Okay, welche nimmst du? Die lila? Ach, ne, die blaue, AK. Ja, die blaue. Sonst, wenn du irgendwas nehmen willst, dann nimm das auf. Ne, das sind so die Sachen, die ich so nehm. Wie genau machen wir das von der Regel hier? Wenn jemand stirbt, machen wir das, dass wir uns resetten, wenn jemand stirbt, oder nicht? Guck, also hier, man stellt sich so hier auf. Ich stelle dich mal auf die andere Seite. Ich stelle dich mal hier hin, wo ich grad bin. Stell dich an die Wand. Mit dem Rücken, oder? Und blau. Ja, und blau. Wir stellen uns dann beide an die Wand laufen. Ah, okay. Ja, und dann geht's los, ab dann. Wenn man stirbt, respaut nochmal einfach hier. Okay, und der andere, der hat ja dann irgendwie Schaden noch, ne? Also angenommen, ich treff dich einmal. Nein, nein, das ist wieder voll, nachdem man einen killt. Ah, heftig im Map. Okay, wer als erstes 50 Kills hat, auf geht's. Okay, auf geht's. Okay, passt, ne, let's go. Drei, zwei, drei. Okay, nee, sorry, warte, stopp, stopp, stopp. Kann man hier noch irgendwie Field of View einstellen? Ne, ne? Ne. Okay, gut, okay, let's go. Drei, zwei, eins, go. Nein! Ah! Okay, ich bin schon mal safe. Nein! Okay, ich bin safe. Okay, was will er machen? Äh, wo bist du? Wo bist du denn? Boah! Boah, okay. Nein! Ey, das ist so, das ist so schade. Vor allem, ich hatte jetzt einmal krass getroffen und der wird aber nicht mal gesaved. Du bist halt tot jetzt. Oh, shit. Okay. Ach, das wird automatisch bis jetzt, das ist echt geil. Ja, du musst hier drauf, hier ist so ein Knopf, da kannst du drauf drücken. Fancy. Okay, oh Gott. Ähm. Mann! Der, wo ist der? Hey, das macht immer gar keinen Sinn. Oha, das schießt er dann wirklich. Nein! Das ist so lächerlich. Ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. Er hat mich einmal in der Luft getroffen. Wie ist das genau bei Turnieren? Da ist es wahrscheinlich nicht so, dass man, macht man auch diese One-on-ones? Nee, ne? Doch, davor zum Aufwärmen. Hey, kannst du mal aufwärmen, mich einzubauen? Das ist echt nervig. Das ist echt stressig einfach. Mann! Ich sagte, einen Kill kriege ich. Okay, okay. Aber du darfst, also lass mich wirklich nicht gewinnen, ne? Ja, okay. One-on-ones genießen sehr, sehr viele Pro zum Aufwärmen. Ja. Weil dadurch, dass man hier auf der Map halt unendlich bauen kann, das ist halt gut zum Aufwärmen. Ich wollte mir gerade eine Tür bauen. Ja, das bisschen bauen ist halt echt tricky. Ja, das ist halt. Du hast, glaube ich, sogar ein ganz gutes Aim, aber das Bauen ist halt sehr, sehr schwer. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie ist das so in der Organisation? Hat man da Prozente, die man irgendwie abgibt? Ja, wahrscheinlich, ne? Es ist nicht bei jeder Organisation so, aber bei den meisten halt, ja. Wenn man da Prozente abgibt von den Turnierpreisen. Boah. Oh nein. Nein, das war meine einzige Chance. Wie viel Leben hattest du noch? Ich weiß gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube 60. Ah, fuck. Ich hab gar nicht aufgerufen. Auf jeden Fall hab ich gesehen, dass ich nicht mehr so viel hatte. Seit wann spielst du schon? Seitdem es Fortnite gibt. Nice. Hast du davor schon was anderes gespielt oder nur direkt Fortnite? Vorher hab ich halt so COD und so halt. Ja. So aus. Einfach so. Aus Spaß. Und Overwatch hab ich dann halt auch aus Spaß gefühlt und dann halt ranked noch. Erstmal in der PlayStation dann am PC und dann hab ich Fortnite erstmal in der PlayStation und jetzt auch am PC gespielt. Ja. Also ich spiel schon am PC jetzt länger. Lass mal nur bis 25 machen. Jo. Wie ist das eigentlich mit der ESL? Ist das dann wirklich so so wie Bundesliga oder was ist ESL jetzt genau? Das Ding ist, bei Fortnite ist ja alles ganz anders. Das sind ja Open-Turniere bei Fortnite. Da gibt es ja gar keine Liga und da kann halt jeder mitmachen. Mhm. Also du könntest das auch mitspielen und dann einfach für erster Morgen place und ich weiß nicht 10.000 mitnehmen. Nice. Aber ja, wahrscheinlich nicht. Wie oft ist denn so ein Turnier? Also es gibt so immer jede Season ein Hauptturnier. Das nennt sich halt FNCS. Das ist dann halt vier oder fünf Wochen. Und dann gibt es halt Cash Cups. Das sind halt einfach so Cups, die einfach unter der Woche sind. Die dann so zweimal unter der Woche sind. Eigentlich immer. Ja. Also eigentlich fast jede Woche. Gehst du noch zur Schule wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Okay. Wie ist das mit deinen Eltern? Sagen die so, nee, Alter, gar keinen Bock. Mach Schule, du Sack. Oder haben die da schon... Ich mach ja Schule. Oh. Mann. Haha. Ach du, das war deine? Ich dachte, das war meiner. Ey, das ist so... Das ist so fies. Wenn du halt einfach das Ding kurz baust, bevor ich's baue. Aber hast du dann genug Zeit für Schule überhaupt, oder musst du dich die ganze Zeit aufs Trainieren konzentrieren? Also... Ich hab mir halt... Also... Ich versuche halt sehr produktiv zu sein. Und dann klappt das eigentlich. Ah. Aber halt... Wenn ich dann noch Zeit in die Streaming stecke, das ist halt dann... Dann wird's schwierig. Weil das schaffe ich dann sehr, sehr oft nicht mehr. Ja. Vor allem ist man ja auf der Schule oft ziemlich kaputt. Durch's Frühe aufstehen. Das ist halt auch schwieriger, produktiv zu sein. Ja, klar. Also ich mein, bei mir war es damals in der Schule so, ich hab da bewusst einmal Schule geschwänzt. Weil ich's halt für sinnvoller erachtet habe, dann halt jetzt an den Musikvideos zu arbeiten. Also ich hab da die Videos gemacht. Also ich hab die Schule dann auch... Fuck. Lost. Ich hab die Schule dann auch abgebrochen. Echt? Ich hab schon Abschluss, aber ich hab halt die 13. Klasse noch nicht mal gemacht. Was für einen Abschluss hast du denn? Geilschule? Fachabi. Ach, Fachabi. Ja, okay. Das hättest du nur jetzt auch natürlich... Also damit kannst du natürlich... auch sehr viele Kulisse ab. Ey, das ist so... so wild. Oh mein Gott, das mach ich. Ah! Tschüss. Och nee. Gibt's dir bei einem echten One-on-One irgendwie Strafpunkte, wenn man da runterfällt? Nee. Ah! Also meistens ist das ja so, dass man das zum Aufwärmen benutzt. Aber es gibt ja auch Wagers, wo man dann um Geld spielt. Und da... Keine Ahnung. Darf man dann einfach wieder hochkommen oder so. Das ist nicht mit einem Preis Pool, also das ist nicht, dass du dann Einsatz hast wie bei Poker, oder? Doch. Ja? Ah, nee. Man muss nicht selber reinzahlen. Ja, genau. Du hast doch auch so einen Tag Poker spielen oder so, oder eine Woche spielen. Ja, eine Woche spielen, oder nicht? Ja, eine Woche, genau. Ja. Das hat Bock gemacht. Da wurde ich nicht so abgezogen wie hier. Sicher? Von Geld? Ich hab sogar 400 gewonnen. Mhm. Was machst du denn? Ah, da bist du. Du läufst hier rum. Oh, Mann, Alter. 25. Ey. Ja, also ich hatte eine Chance, würde ich mal schon behaupten. Also das war eigentlich eine knappe Sache, oder? Ja, ja. Also du hast fast gewonnen. War gut. Sagst du. Jetzt soll ich mich auch direkt anmelden. Ja. Wann ist das nächste Turnier? Ich bin dann morgen beim Turnier mit. Ist das echt morgen? Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, du kannst da nicht mehr mitmachen, weil man an Arena Champion sein muss. Ah, okay. Verstehe. Also das heißt, das kann auch nicht jeder, jeder mitmachen, sondern halt nur Leute, die halt schon mal halbwegs was drauf haben, oder? Ja, man muss halt in Arena Champion kommen. Das ist jetzt nicht... Also, wenn du Champion kommen willst, dann kannst du das, weil du kannst dich einfach vercampen und dann kriegst du die Punkte schon in Arena. Ja, okay. Ja, alles klar. Dann bedanke ich mich. Jo. Schaut auf jeden Fall beim Rias vorbei. Da seht ihr, also ich sag mal so, da sieht man die krankesten Highlights. Das ist echt übel insane. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Jo, tschö.